Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ja, äh... Und schon geht die Tür hinter mir zu. Mit am Start. Leon! Leon, guck! Ich war schon mal hier gewesen. Leon, pass auf, manche Räume auf, ne? Weil da ist ein Loch... Och krass, das habe ich ja letztens noch gar nicht gesehen. Weißt du... Ich weiß nicht was das ist, aber... Die Freunde steht so. Mhm, MLS. Nehmen wir... Was... Ist das zum Drehen? Weiß ich nicht. Vielleicht kann mir jemand tatsächlich doch sagen, was das da ist. Ja, Leon, wie gesagt, pass auf, weil irgendwo ist ein Loch, da gehen die Treppen runter. Da wäre ich mir schon letztens beinahe reingefallen. Deswegen meine ich immer, es geht mir... Alter, ich weck mich nicht. Guck mal, hier haben wir auch... Kessel, oder? Kessel. Ach ne, das ist Aggregat. Ja. Oh, schön. Ja, dunkel. Hier ist eine Scheibe. Ja. Ja. Ja, ich finde tatsächlich doch, dass wir hier in einem... sehr, sehr... sehr, sehr... schönen Objekt eigentlich sind. Außer diese Ramponierung. Ja, mit tatsächlich noch was stehen. Äh, ich bin nicht allein. Okay, dann sei mal nicht allein. Ich bin auch nicht allein. Ja. Mal hier. Lüfte jetzt verschieben. Mhm. Ja. Eiii. Guck mal. Ein Modellhelikopter. Guck mal hier. Ein Modellhelikopter. Ein Modellhelikopter. Kaputt schon. Ja, ja. Aber scheiße, Alter. Geil, Alter. Das hast du letzt... Ey, wenn ich jetzt zu zweit unterwegs bin, Alter, fällt da ein mehr auf. Schränke sind leer. Lukas lebt. Ja. Hier waren mal Sachen geordnet. Ja. Schlafzimmer da unten. Also hier war alles, was der Sachen hoch ist. Guck mal, hier haben wir auch die Abfahrtzeiten und so alles rum und dran. Hier haben wir noch ein Münz-Sprechzentrum. Das war mal hier die Pforte gewesen. Habe ich ein Paket für mich da? So. Warte mal. Leon, halt mal kurz. Ich muss mal kurz... Ich will mal kurz da reingehen. Und da sieht man die Uhrzeiten, was geöffnet hatte. Und die Arbeitszeiten. Hausverwaltung. 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 Ja. Hm. Ah, hier riecht es komisch. Ja, aber ernsthaft, ey. Aber hier haben wir noch alte Kartons. Alle hier riecht es übel nach Ort. Was riecht sie nach Ort? Was riecht sie nach Ort? FedEx. Hey, guck mal, hier haben wir lauter FedEx-Sachen. Was? Ich gucke gerade mal was. Ajo. Hier war wohl der Schlüsselmeister. Krass. Ja. Aber das könnte das da gewesen sein, was es hier stinkt. Alle Kinder damit rumgesprüht. Ja, das blind ist gezogen. So. Sieht man alle. Scheiße, alle. Jetzt ist doch der Ort, was hier so riecht tut. Das ist das, was hier stinkt tut. Hey, Leon. Ja? Halt mal mein Handy. Ja. Halt mal was. Die lieber Herr muss raus. Das ist der Wege. Das sieht man doch. Passt doch. Für kleine Menschen extra gebaut. Ja, Münzfern spreche. Aber ja, hier. Ist sogar noch drin. Ist sogar noch drin? Ist noch drin. Oh, sogar zwei Flaschen Bier? Aber der Hörer ist abgerissen. Hallo? Hallo? Ja. Ob hier jemand mal eingesperrt worden ist? Aha. Ich hab's doch gewusst. Hier riecht's nach Joint. Ich hab's doch gewusst. Ja, guck mal hier. Ja. Mach mal deine Taschenlampe wieder an, Keule. Hier haben wir USGS, GST, Geoligical, Glas oder 4. Ah ja, okay. Alles auch englisch. Hier haben wir eine kleine Stadt über sich. Über unsere schöne Stadt Mainz. Ah, guck mal hier. Das ist... Hier läuft noch durchs Stroh. Aber... Irgendwo. Nein. Ob der... Das ist jetzt mal interessant. Ob hier noch Licht funktioniert. Ah, nein. Funktioniert nicht mehr. Ja, die... Nee, nee. Das ist ja auf. Das ist an so. Wenn du nach oben machst, ist es an. Scheiße. Kein Licht. Kein Licht. Neee. Ja, die sind schon zu alt. Die Sicherung. Bitte Spüle und Spülmaschinen nach Benutzung sauber hinterlassen. Ja. Schön sauber. Alter, hat es hier gebrannt. Guck mal, hier ist noch ein Wasserbeule. Ui. Nein, nein, nein. Der hat doch nicht gebrannt. Der Boden ist rausgerobt worden. Das ist der alte Boden hier. Der Boden hier. Hier haben wir Achtung. Wandregal, Wandregal 3. Da vorne sind wir Leon da rumlaufen. Never ever give her up. Wandregal. Bitte spülen und Toilettenbürste benutzen. Du kannst gut auf die Arbeit gebrauchen, Allah. Warte mal, warte. Wenn das jetzt da steht, wo ist dann hier die Toilette? Der hat drüber geschlafen. Ja. Oh, warte. Pfui. Also hier muss man aufpassen. Ja, da auch. Ja. Ja, wegen dem Hubbel hier allein. Ja. Hier welbt sich der Boden. Ja, wo ist die Toilette? Ja. Ich habe gedacht, da wäre jetzt eine Toilette irgendwo. Ja. Ach, Abteilung Geochemie, Chemielabor. Boah. Ob wir auch was hier noch haben? Ja. Ein bisschen. Ja, und tatsächlich gibt es hier auch einen Dekontaminierungsraum, glaube ich eher. Da ist die Toilette. Da ist die Toilette. Abteilung Geochemie. Doktor Punkt Punkt Punkt. Da wollen wir auch keinen Namen nennen. Aus Privat, äh, aus Zwecken halt, ja. Hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang, ja. Na ja, dann gehst du schon weiter. Das ist ja eine schöne Treppe. Ja. Morgen. Toiletten. Toiletten, ja. Hier geht es auch noch weiter. Ach, guck mal, da ist noch eine Poliermaschine. Was haben wir denn hier drin? Leer. Ach, ja. Könnte ich bei mir auf die Arbeit gebrauchen, eine Poliermaschine? Ja. Wo ist die mitten? Hä? Was? Was? Ach nee, da oben sind Vögel, das weiße Stroh. Da oben sind ein Spatzennest. Ja. Ja. Guck mal, hier haben wir eine Brunnen. Ah, hier haben die schon ein Kabel abgekappt. Ja. 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 Scheiße, jetzt habe ich es nicht gefilmt. Da ist er beide hingefahren. Ja. Ja, ja. Scheiße, jetzt habe ich es nicht gefilmt. Da ist er beide nicht auf meiner Brunnen. Ja, ja. höchstens so so da spricht die student los place ich bin ja kein student sagen wir mal professor mal falls jemand weiß was das ist kann gerne unten in den kommentaren schreiben und wenn sie hier eingebracht da kommt eine flüssigkeit rein das ist guck mal hier haben wir noch einen kalender hier letztes mal 5 januar 2009 hier wurden auch schon leider mit feuerläschen rum hantiert ja so dann haben wir einfach mal den blick von hier haben wir wieder stehen so ob ich doch mal auf so ein stuhl und gucken ob die stühle noch stabil sind alle und wie fühlt sich das eigentlich an so sitzen ja so heute lernen wir über ich kann zufällig vorbei aber ja irgendwie will ich nicht drunter gehen ja hier ist der schalte ach guck mal ja scheiße da geht lichter na aber die haben wir hinten tausend bier ja das war der hörsaal ja warum ich meistens immer auf plenarsaal komme keine ahnung ja und ja wahrscheinlich war mal hier in wehmer irgendwo gewesen und der professor hat hier darüber gestanden und hat dann mit seinen ganzen studenten geredet ja ich weiß ja zeigst du uns mal was ja das ist unter aller sau für den westplatz oh was dann ach das ist wirklich unter aller sau nee das ist unter aller sau das ist kacke auch da ist der telefonhörer da ist er von der ohne aber guck mal die werden auch schon ausprobiert haben verschiedene schlüssel alle wo was aufgeht alle warum machen leute sowas kaputt alle warum können die leute sowas nicht ganz lassen gut aber ich finde wenigstens schön dass sie das da ganz gelassen haben ich glaube das habe ich auch auf youtube noch nicht gesehen glaube ich mal ob das so ist ja hier haben wir noch aber ist leer hier waren mal säuren gelagert aber ja das ist ein geoschemie hier gewesen erzsystem chemie auch hier ist ganz geblieben wenigstens ja ja vermünderte leistung ach das war ja hier haben sich vögelnester gebaut glaube ich guck mal hier sind so ja alles gut ist da irgendwas in den schränken drinnen gewesen ne leer 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 ach leer alles leer stufe eins stufe zwei auch so eine maschine ja ja fahrrad ich kann auch mal kurz nachgucken ja vorsichtig auch rumzuleuchten ja 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 also hinten geht es auch noch weiter viele spinnenwebe ja 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 was spielmittel was wir holen oder hier ja auch frische spielmittel frische spielmittel frische spielmittel ja eh viele spielmittel ich habe was an der Piste Sicherungskosten Assicherungskost guck mal hier ist zu Nein da ist es noch zu Zinn Zinn Erdschimie Danke Leon, dass du den Namen verpickst äh wegmachen tust Kontra K warte mal, warte mal, was zieht denn der da mit sich hin, der hat da irgendwas warte mal, da ist, da läuft er wieder, warte mal kurz, Leo das sind mehr Leute wahrscheinlich werden wir jetzt auch, werden wir vielleicht besuch bekommen ah nee, das ist nur einer mit dem hund, ich habe schon gedacht, was ist das, Leon nicht erschrecke, weißt du warum, weil wir, jetzt kommen wir jetzt, warte mal, wir waren hier noch nicht, da vorne sind Schwalben, guck mal, hier ist schon wieder was kaputt ja, ach, ja, ach, das ist ja auch nicht am Tag, was ist denn die Pizza, Schott Duran, schläft da bei jemandem, Klopapier frisch, saßen so gestohlen auf und unter den Balken, und sie schrien nach Klopapier, Klopapier, ja, schon wieder kaputt geschlagen worden, ja, Uff, Zucht, 750 Kilo ach, ach, jetzt habe ich gerade schon eine Schrocker, Alter ja, was ist denn das, ich würde es da nicht anfassen, Alter ich weiß nicht, was das ist Metallreiniger für Ultraschallbad, ach krass, habe ich auch noch nie gesehen da habe ich auch da war Ich bin gerade unterlassen, da kommen die Kräfte unten. Ja, im Schulungsfonds. Guck mal hier, Alter. Mal gucken, ob das Haus ist. Nee, ich bin noch unterstellen. Das sieht man aus, nicht alle Tage. Uhu Kleber. Uhu Plus? Gelassbar bis 300kg. Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Toilette, oder was? Ja, Toilette. Du, Alter. Frisch geschissen. Frisch geschissen. Frisch geschissen. Frisch geschissen. Warte mal. Scheiße, alle. Ja, aber weißt du, wenn wir jetzt wüssten, würden alle... Das ist der Burner. Das ist der Burner. Was ist der Burner? Eine rote Wand. Komplette Schulungshalle. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Du kannst auch Kamera anmachen, weil ich hab halt keinen Akku mehr. Weil wenn wir da rüber gehen, dann musst du dann filmen, okay? Müsstest du mir dann halt noch eins schicken, gell? Das ist der Burner. Das ist der Burner. Ich hab schon gedacht, jetzt machen wir die... Ach, guck mal. Da geht's auch sogar runter. Das ist schon. Nein, nein. Ich wollte dir noch was zeigen. Ich wollte dir noch was zeigen, weil das... Da kannst du Sachen lernen. Das ist unfassbar. Guck, guck. Du kennst doch, wenn... Wenn du... Ein, äh, äh... So, ich stelle jetzt auf dir was geht. Ich will jetzt kurz mal losbleiben. Was machen? Wenn die Hände verlassen, ja. An die Gelände. Und vor dir ist dabei. Peace. Ja, mein... Prozessorraum. Ja, die ganzen Prozessoren sind weg. Alter, auch so... Was weiß ich was das ist? wenn ich sag irgendwas falsch ist und ja vielleicht kann mir dann doch jemand in den kommentaren unterschreiben was genau das ist. ach ja, die Schwalbenküken kamen nicht mehr raus ach Gott, ich hab dir gesagt, hier ist eine Schwalbe, die kamen nicht mehr raus, ach schade, ein Küken hat es leider nicht geschafft letztens war ich hier gewesen, da habe ich noch das Piepsen gehört, habe mir gedacht, ja gut, die werden hier rauskommen wie sie auch reinkommen, werden sie auch wieder rauskommen, ja und da habe ich das Loch dann gesehen, aber leider kamen sie nicht mehr raus da haben sie die Firma verbrochen, haben wir ein bisschen mehr Zeit, also jetzt Leon, Leon, Guckuck Luft-Chimie-Nachwuchsgruppe Orcas ja, haben wir irgendwie nötig da haben sie auch die Türen aufgefordert ja Ups, war das Schweißer nochmal hier, haben wir auch sowas ja, das sieht man ja auch nicht alle Tage ja, dann machen wir das Hände dann machen wir das runter vielleicht kann man die Arme zwischen schieben und kann an den Sachen experimentieren Guck, das war so unten gewesen, aber weiter runter geht's nicht ja ja, aber die Leute können es ja in YouTube auch mal beschreiben was, äh, genau damit rausgeklappt da gehen die Türen auf ja, die Türen sind leer ah, hier hier haben wir eine Dusche ne ja ja wenn wir das runter hängen, dann kann man duschen äh bitte Mülleimer im Vorderraum leeren oooo Leon Leon ja komm wir schon mal bisschen bis hin Leon jetzt kommt's Schaller Guck mal hier Guck mal Schimmel, ok Witzemann Guck mal, ich hab' die Lode Schimmel 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 Na da war ich schon gekriegt. Achso. Kuckuck. Kuckuck. Da hast du Bierflaschen. Guck mal hier lauter solche... Ekelhafte Dinge hier drin. Kork. Kork? Leon, kannst du mal kurz halten? Ich will mal da rüber klettern, weil... Ich weiß nicht, ob wir da hinten reinkommen. Ja doch. Dann ist die Tür offen. Hier ist eine Notdusche auch. Ja, machen wir das. Willst du auch? Ja, füllen wir auf. Halt. 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 Hopp. Und die Toilette. Guck mal hier haben wir das, das. Guck mal hier haben wir da. Aache Toilette. Halt da da. Und hier haben wir die sogenannte Notdusche. Halt da. Ja, falls irgendwas in keinem oder was weiß ich. Äh, ja. Guck mal hier rein. Hä? Deine Tür. Also, nee, die Tür ist zu. Ähm, ja, das ist die Tür. Dann laufen wir auch gleich vorbei. So, ich kann jetzt hier gemütlich rauslaufen. Oh, du hast einen fahren lassen, Leon. Das stinkt, das hat vorher noch nicht so gestunken. Ja, Leon, jetzt kommen wir gleich zu einem Raum, wo steril ist. Hast du schon mal einen ganz sterilen Raum? Nee. Hm, sind wir gleich drinnen. Du wirst auch merken. Und ruf jemand raus. Das geht wirklich. Tatsache. Du, 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 du. Haha, das funktioniert noch. Was ich schon gesagt habe, funktioniert irgendwie. Ja. Also, Strom haben wir hier eigentlich. Guck mal hier. Nee, kommen wir leider nicht drinnen. Aber wir kommen jetzt langsam zu dem sterilen Raum. Und leider kommen wir auch langsam zu unserem Ende. Ja. So, hier kommen wir zu dem sterilen Raum. Recht. Ja, geht leider nichts. Ein steriler Raum. Ja, das ist der sterile Raum, Alter. Ja, hier haben wir... Was wird hier gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ja uns jemand in den Kommentaren schreiben, was genau in diesem Raum gemacht wurde. Wenn du das vermisst. Kannst du irgendwas drücken? Nö. Aber... End steht schon mal klar. Lösenstimmel. Wow. So. Ja, nun, liebe Leute. Langsam kommen wir auf unser Ende zu. Das geht noch weiter. Ach so, ja. Ja, ey. Die Kellerräume unten. Aber die sind dunkel, Alter. Wir haben keine... Ja, wir sind... Wir haben... Wir sind nicht so ausgestattet. Wir sind nicht so ausgestattet. Ja, wir auch. Nein, da kommen wir raus. Ja. Ich weiß schon. Momentan sind wir leider... Wir sind noch Anfänger. Aber wir hoffen auf Unterstützung von... Los Place Gemeinden, die uns helfen, tüchtig zu liken, zu folgen. Ja. Hat euch das Video gefallen? Hier sind wir reingekommen. Da sind wir wieder rausgekommen. Hat das Video euch gefallen? Dann... Seid auch so nett und lasst ein Like da. Folgt für mehr. Folgt, wenn ihr mehr sehen wollt. Jetzt machen wir erst mal weiter mit meinem Kollege. Ähm... Mein Akku ist leider leer. Und... Ja. Viel Spaß für dein Video. Und ich würde mich auf ein Like. Oder einen Kommentar. Aber auch... Folgen. Wäre schön. Abonniert mich. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.